Sie tappen bei Stromausfall zu Hause durch die Finsternis? Sie brauchen Licht, wo keines ist? Sie suchen im Dunkeln, aber finden nichts? Das hat ab sofort ein Ende mit Handylux Lightball. Der kabellose LED-Powerlichtball, der einfach jede Stelle erhellt. 360 Grad drehbar. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Sie erhellen einfach jede gewünschte Ecke. Und jetzt kommt das Beste. Sie nehmen den magnetischen Lightball einfach aus der Basis und haben sofort die hellste Taschenlampe, die Sie je in Händen gehalten haben. Mit 16 einzelnen Power-LEDs. Super hell, langlebig und energiesparend. Und so einfach geht's. Sie können Handylux Lightball an jeder metallischen Fläche anbringen. Erhält durch Magnetwirkung sofort bombenfest. Von unten, seitlich oder über Kopf. Alles kein Problem. Oder Sie befestigen Handylux Lightball mit den mitgelieferten Klebestreifen. Damit sind Ihren Möglichkeiten keine Grenzen mehr gesetzt. Ohne Strom, ohne lästige Elektroinstallationen, ohne Bohren und ohne Schrauben. Und jetzt das Beste. Handylux Lightball hat auch einen praktischen Bewegungssensor. Sie können Lightball also jederzeit als elegante, automatische Lichtquelle nutzen. Am dunklen Gang, im finsterem Keller, draußen in der Garage oder am Dachboden, wo es keinen Strom gibt. Ab sofort wird es überall taghell. Und zwar automatisch mit Bewegungssensor. Oder Sie schalten Handylux Lightball per Hand ein. Stromausfall im Haus. Mit Handylux Lightball kein Thema mehr. Sie suchen etwas in finsteren Ecken. Mit Lightball finden Sie alles. Finstere Treppenabgänge sind gefährlich. Mit Handylux Lightball erstrahlt die dunkelste Treppe in hellstem Licht. Dunkle Schränke in der Küche? Mit Handylux Lightball finden Sie alles. Jede Frau weiß, Schminkspiegel kosten ein Vermögen. Brauchen Sie nicht mehr. Mit Lightball. Sie brauchen mehr Licht beim Lesen? Handylux Lightball anbringen. Fertig. Kein Strom am Dachboden? Mit Handylux Lightball brauchen Sie keine Stromleitung mehr. Sie wollen lesen? Ihr Partner will schlafen? Mit Handylux Lightball haben Sie genau das, was Sie brauchen. Ihre Kids fürchten sich im Dunkeln? Jetzt haben Sie endlich das schönste und sicherste Nachtlicht, das es gibt. Durch den Bewegungsmelder können Ihre Kids in Ruhe einschlafen. Das Licht geht von selber aus. Und Handylux Lightball besitzt auch die geniale Safe-Touch-Oberfläche. Das bedeutet, Sie werden niemals heiß. Nicht mal bei 24 Stunden Dauerbetrieb. Das ist genial.